Musik Wir vom Kaiserstühler Harmonikaspielring Endingen bedanken uns recht herzlich bei den Joggelebrünlern für die Nominierung zur Coldwater Challenge 2014. Selbstverständlich haben wir die Herausforderung angenommen und alle unsere Spieler zusammengetrummelt, insofern sie im Augenblick nicht im Urlaub sind. Als Drehort haben wir uns das Kneippbecken bei Malerische Erleweihe ausgesucht. Die weiteren Nominierungen findet ihr am Ende unseres Videoclips. Musik 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 Wir nominieren das Akkordeonorchester Heitersheim, den Akkordeonclub Simonswald und die Akkordeonklänge aus Westreglinghausen. Aufgrund der Sommerferien geben wir euch 14 Tage Zeit, die Herausforderung anzunehmen. Sollte es euch nicht möglich sein, die Challenge innerhalb von 14 Tagen zu erfüllen, müssen die Musiker der Akkordeonorchester Heitersheim und Simonswald bei unserem Frühjahrskonzert am 14. März 2015 das Lied Gigolo I Ain't Got Nobody singen. Unser Konzertorchester würde euch sehr gerne bei dieser Gelegenheit begleiten. Von einem Orchester der Reglinghausener erwarten wir bei Nichterfüllung der Herausforderung ein gemeinsames Konzert mit unserem Konzertorchester hier im Breisgau. Wir wünschen euch viel Spaß beim Drehen des coolen Videoclips. 3, 2, 1 Wir vom Kaiserstühler Harmonika Spielring Endingen bedanken uns recht herzlich bei den Jogglebrünlern für die Nominierung zur Coldwater Challenge 2015. Ich hatte gerade einen Storkstuhl. 3, 2, 1 7, 8 7, 8 9 9 9 10